Hallo Freunde der Countrymusik. Ich bin ja ein Film von Hermann Lammersmeier, der Mann, der aus dem hohen Norden von Deutschland kommt und er macht dann schon über 40 Jahre Countrymusik, hat fast alle seine Alben oder sogar seine Alben alle drüben in den USA produziert. Ich habe das Glück gehabt, ihn einmal persönlich zu treffen, das war auf der Countrymesse in Berlin und ich habe sogar das Glück gehabt, mit ihm zusammen in einer Pizzeria zu speisen. Ich bin ja ein Fan von ihm und ich habe nun mal alles durchsucht, hier meine ganze Musikordne, was ich so alles habe von dem Hermann, da habe ich etwas gefunden, ein Duett zwischen ihm und Willie Nelson. Also habe ich mir gedacht, jetzt geht es mal nach YouTube und schaue es mal nach, ob es davon auch ein Video gibt. Heute, ich habe alles durchsucht, ich habe nichts gefunden. Und ich habe mir die Bestätigung geholt, Willie Nelson und Hermann Lammersmeier haben zusammen zwei Songs aufgenommen. Und da ich einen davon habe, habe ich mir gedacht, stelle ich ihn ganz einfach hier für euch bei YouTube rein. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Herr lieber Hermann, falls du das jetzt schaust, die Bilder, die habe ich mir tatsächlich geklaut aus dem Netz. Ich hoffe, du wirst nicht böse sein. Sollte es tatsächlich nicht in deinem Sinne sein, so werde ich dieses Video natürlich wieder löschen. Aber ich glaube, du lässt mir diese Freude. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jump' aber! Jump' up! Out on me This Is the part Where I cry I was great In the scene Where she found Someone new You should have seen My look of Surprise And if you have Just walked Into the picture This is the part Where I cry And after the picture Is over And if judged For the part Where she lied The award Of achievement Let's give up Will be mine For the part Where I cry I was great In the scene Where she found Someone new You should have seen My look All Surprise And if you have Just walked Into the picture This is the part Where I cry